Lieber Dennis, ich verstehe das. Hier ist ein Fehlurteil, dort ist ein Fehlurteil. Am 24.12.18 ist dein Unternehmen geklaut worden und du standst da von Staatsanwaltschaft zur Polizeidienststelle und zurück zur Staatsanwaltschaft und dann letztendlich in Kurzform hat es geheißen, weil der Verursacher, der Straftäter, hat eine höhere Strafe zu erwarten und daher geht er bei der Strafzumessung, die er bekommen müsste, juristisch gesehen in Neubrandenburg, bei dir leer aus, richtig? Ja, ja. Zivilrechtlich ist es immer noch möglich, dass du die eine Tomate oder Spargel oder, was ist das hier, Radieschen oder Ingwer einklagen kannst, aber das ist natürlich ein hartes Brot und es ist halt interessant, dass derjenige, welcher dein ganzes Büro mitnehmen durfte und letztendlich du jetzt wieder neu angefangen hast, glücklicherweise, Gott sei Dank, mit deiner Mentalpower, warum du auch immer die hast, keine Ahnung, wo der Überlebenskampf herkommt für dich, keine Ahnung, da bist du ein Wunderknabe, bei der NBA gibt es auch ein paar Spieler, die am Boden sind, stehen wieder auf, wahrscheinlich hast du da alles gelernt und ich bin nur der Meinung, das kann es nicht gewesen sein und der Deutsche Richtertag, den gibt es ja nicht umsonst, den gibt es darum, dass man sich zusammen unterhält, was kann man besser machen, dass die Fehlurteile weniger werden und ich habe gerade einen Link bekommen von einem Journalisten aus Hamburg von Spiegel TV, der gesagt hat, schau mal da rein, dass die Tendenz der Fehlurteile zunimmt anstatt ab, aber die Forschung, die geht doch nach vorne oder geht die nach hinten, keine Ahnung, also für was gibt es die Lehrstühle und das sollte eigentlich nicht gerade inne sein, Jens Gnieser, der amtierende Richterbundpräsident AD, also Außerdienst, der hat ja gesagt, Untergang der Rechtsempfindung, also Untergang der Rechtsempfindung und das will ja was heißen und es ist interessant, warum er nicht Richterbundpräsident mehr ist, warum er das Amt, also das höchste Amt im Richterbund abgegeben hat. Ist dem auch irgendwie es auf die Tomaten gegangen, ich meine, man sagt ja immer, haben sie was auf den Tomaten, nicht richtig gesehen, es wird ihm zu viel und jetzt haben wir diesen Megaskandal bekannt geworden in Nürnberg mit dem Zurückweisen in der zweiten Instanz, also Landgerichtsebene, dass eben jemand sechs Wochen im Urlaub ist bei der kranken Herzkrankenmutter, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, und trotzdem dann der Schimmel da gewuchert haben soll. Ja, wenn die Tabete natürlich beim Einzug schön übermalt ist, dann sieht man natürlich die schimmelverdeckten Spuren nicht gleich. Da ist man froh, dass man eine Wohnung hat, weil eben die Mutter mit Kind, also die Mutter sollte umgebracht werden und deswegen sollte sie schnell eine Wohnung bekommen. So reiht sich ein Fehlurteil zum anderen und das kann es ja nicht sein, dass wir deswegen geboren werden als Kind ohne Schuld und werden dann zu Schuldigen gemacht, richtig? Bitte? Ja, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Man muss sich selbst erst mal kennen und bevor man zu anderen urteilt, sie machen alle ihren Job vielleicht nicht gut, aber nichtsdestotrotz ist das ja eine innere Einstellung. Ja, warum habe ich so eine mentale Power? Ich habe einfach nur mein Herz, dass ich schütze und meine eigene Motivation und Leidenschaften reinbringe in das, was ich tue. Solange mir keiner das genommen hat, würde mich auch nichts stürzen, aber nicht desto trotz bestürzt es mich, dass es immer wieder zugelassen wird, weil sich halt nichts geändert hat. So wie du gesagt hast, sie nehmen leider nicht ab die Fehleurteile, sondern sogar zu, was ja sehr, sehr alarmierend dann ist. Es ist ja alarmierend, es ist auch alarmierend für die Unis, für die Lehrsäle, Lehrstühle. Für was gibt es die? Und für was gibt es die Konferenzen und die speziellen, ausgerichteten Fortbildungsmaßnahmen, für was? Ja. Die Lehrscheine zum Beispiel, die man dadurch bekommen, erhalten kann. Wenn dann so ein ethischer Rückschritt ist. Na, gute Nacht, ne? Dann gute Nacht. Und deswegen, Mohammed Ali hat immer gekämpft für Zivilcourage. Er ist der größte, meines Erachtens, des Sports. Er hat mit Parkinson 96 das Feuer entzündet. Also, mit Leila Ali stehe ich über Facebook gut in Verbindung. Und sie führt sein Leben weiter. Ich will dich jetzt nicht weiter aufhalten, nur weil du ein O-Ton-Zeuge bist eines Justizopfers. Du bist auch ein Justizopfer. Und man hat dich noch nicht entschädigt. Und ich habe gesagt, man könnte Größe zeigen, es gibt nämlich einen sogenannten Wiedergutmachungsfonds. Und da könnte man Größe zeigen, weil du von ganz unten wieder anfangen musstest. Weil auch dein Name und dein Image ja verändert wurde. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, um was es geht, weil ich das jetzt gleich hochlade, damit nicht andere wieder in irgendeiner Weise Oberwasser bekommen. Aber das war schon Schock. Das habe ich ja erlebt, weil du ja aufgelöst warst, als du mich angerufen hast. Ja, das ist ja auch, glaube ich, normal, oder? Wenn am 24. das Fest der Liebe genau so eine Grautaten geschehen. Und ja, da war man ja froh, dass zumindest einer ans Telefon geht. Aber nicht, dass du trotz selbst mit vier Ohren oder mit vier Augen hast du ja gesehen, was rausgekommen hast. Ja. Gehört bekommen. Ja, das können Sie nur auch beten, ne? Und dass von einer Polizeistelle, ja, dann gute Nacht, so schön gemacht hast. Ich wünsche dir, ich wünsche dir zu deiner Stimmung von galakom.tv, Filmbike live weltweit, die besten Erdbeergrüße aus Nürnberg. Dass sie dir munten, dass du genauso gute Laune hast wie diese Erdbeeren, die du hier gerade siehst in der Linse. Und ich hoffe, dass sie dir so viel Glück bringen, dass aufgrund der Empfehlung von einer Hollywood-Schauspielerin, vielleicht der eine Hollywood-Schauspieler oder die nächste Hollywood-Schauspielerin oder Tennisspielerin zum Beispiel, ich habe ihr was gemailt. Wenn sie eine Website braucht, soll sie zu mir oder an mich wenden und dann kriegt sie sofort, wobei sie ja eigentlich schon den Link hat, ne? Eine ATP-Spielerin ist das. Eine Kosmopolitin, sie wohnt in Santa Monica und kommt aber aus Südamerika. Also nicht direkt Südamerika, sie ist aus Trinidad Tobago, glaube ich, heißt das. Trinidad Tobago. Und wenn du die hast, dann kann das nur von mir sein. Also, ich hoffe, sie ist da unzufrieden, da ist immer keiner erreichbar. Und dann sage ich, ja, du bist erreichbar. Und wir schauen mal, was draus wird. Und dann siehst du, was das World Wide Web auch mal Positives bringen kann. Vielen Dank und alles Gute. Bis die Tage. Ciao.